So, und wenn der Nebel sich irgendwann mal verzogen hat, dann sieht man das Produkt seiner Arbeit, was man gemacht hat, richtig gemacht hat. So sieht das aus. Und irgendwann sieht man was. Das ist krass alles. Ja, da sieht man die Violetten der Bänke, wie wir sagen, ja. Und in zwei Wochen ist das pores Gold. Wie gesagt, aus Stroh wird Gold. Wie gesagt, ausstattet. Wie gesagt, ausstattet. Einen Tag mal vor. Bis zum nächsten Mal.